Was geht ab, meine XRP-Freunde da draußen? Herzlich Willkommen zu einem neuen XRP-Update-Video. Ja, es ist schon wieder Freitag, die Zeit vergeht wie im Flug und auch XRP hat diese Woche mal gezeigt, wo der Hammer hängt. Beziehungsweise hat alle anderen Altcoins erstmal mal outperformt. Was das möglicherweise für Gründe hätte und welche Preisziele wir jetzt demnächst erreichen können, sehen wir möglicherweise so eine andere magische Marke, die ich schon des Öfteren immer mal wieder erwähnt habe. Wird es jetzt endlich Zeit dafür? Das schauen wir uns im heutigen Video an. Doch bevor wir starten, Freunde, lasst dem Video gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wer es noch nicht gemacht hat. Und natürlich in die kostenlose Telegram-Talk- und Signalgruppe rein. Wenn ihr Bock habt auf Updates, Signale oder sonstiges, joint da gerne rein. Link ist unten in der Videobeschreibung. Gut, und wenn ihr noch eine Partner-Börse sucht, wo ihr traden wollt, auch XRP natürlich, empfehle ich euch natürlich gerne BingX. 100% Proof of Reserves, also gerne auch hier unten den Link in der Videobeschreibung abchecken. So, und damit würde ich sagen, gehen wir direkt rein zu XRP. Momentan traden wir ungefähr 0,54 US-Dollar-Cent. Wir haben eine starke Rally hinter uns. Letzte Woche haben wir fast an gleicher Stelle darüber gesprochen, dass wir hier nochmal diesen Bereich um die 0,40 US-Dollar-Cent testen sollten. XRP hat sich es anders überlegt, hat hier noch eine kleine Lücke gelassen. Das lässt natürlich auch so ein bisschen Freiraum für etwas Spielraum, sollten wir hier nochmal einen Abverkauf sehen. Aber trotzdem, wir haben die 0,55. Wir haben sogar die 0,58 US-Dollar gesehen. Wenn wir jetzt mal ganz kurz auf den Daily-Time-Frame blicken, weil das ist eigentlich so das, auf was ich heute in dem Video eingehen möchte. Wir sehen, seit dem Bullrun hoch von ungefähr 1,93 oder ein bisschen höher, ging es nur bergab. Dann hatten wir jetzt knapp ein Jahr lang oder neun oder zehn Monate diese riesige Seitwärtsphase mit diesem Fake-Out und dann wieder Akkumulation zwischen 30 und 40 US-Dollar-Cent. Es waren nach jetzigem Stand perfekte Buy-Orders hier unten, die wir immer wieder gelegt haben. Ihr wisst, ich habe dann jetzt vor ein paar Wochen dann auch mal aufgehört, weiter XRP zu akkumulieren. War im Nachhinein jetzt auch kein Fehler, ganz ehrlich, ob man jetzt hier ein paar XRP mehr hat oder weniger. Klar, man kann nie genug XRP haben, man kann aber auch nie genügend Bitcoin haben. Nur mal so am Rande, aber wie gesagt, auf das hauptsächliche, was ich hier erst einmal hinaus will, ist einfach, wir haben einen riesigen doppelten Boden über die letzten Monate geformt. Das ist grundsätzlich ein bullisches Zeichen. Auch das Volumen, wenn wir jetzt mal ein bisschen reinsummen, wir hatten hier den ersten Volumen-Peak und jetzt hier eben den zweiten letzte Woche und jetzt auch in dieser Woche Fortsetzung. Also das heißt, es kommt immer mehr Volumen in den Markt. Das ist ein gutes Zeichen, weil wenn wir jetzt diesen impulsiven Anstieg gehabt hätten und dann auch noch mit sehr, sehr wenig Volumen wieder, ja, dann wäre es sehr wahrscheinlich ein Fake-Out gewesen und wir müssen sagen, wir halten uns momentan auf Daily-Sicht sehr, sehr gut über diesen Downtrend. Es ist nun wichtig, auch hier einen Weekly-Close drüber zu haben. Ich habe schon gesagt, okay, Daily-Close ist der Anfang, Weekly wäre besser und dann auch nächste Woche diesen Trend nach oben hin fortsetzen, denn wir haben noch ein Level, das ist hier bei den 0,60 bis ungefähr 0,62, das sehr entscheidend werden würde. Das ist noch nicht ganz der Downtrend, sage ich mal, also wir haben ja einerseits diesen linienförmigen Downtrend, es geht aber natürlich auch in der Chartstruktur darum, dass wir ein höheres Hoch kriegen. Da sind wir noch ein bisschen entfernt und das kann sich noch ziehen, denn um hier wirklich ein höheres Hoch reinzukriegen, müssen wir die 0,65 erreichen. Passt sehr, sehr gut zu dieser Ineffizienz. Das heißt, sollten wir nächste Woche eine bullische Woche sehen, wäre das Ziel, der erste Step, die 0,61, 0,62, wieder hier ein bisschen Konsolidierung und dann der nächste Step in Richtung 0,70. Und wenn wir dann einen Daily-Close über dieser Marke hier drüben legen, bei ungefähr 0,64, 70, einen Daily-Close da drüber, dann sieht es bullisch aus und dann kann ganz ehrlich auch XRP die 1-Dollar-Marke erreichen. Ihr seht, ich habe hier schon mal das Preisziel so ein bisschen angepinnt, das Preisziel von diesem riesigen doppelten Boden würde bei ca. 0,97 US-Dollar liegen. Ich kann mir aber sehr gut dann vorstellen, dass wir auch die 1-Dollar-Marke sehen. Nur ganz wichtig, es ist jetzt keine Vorhersage für die nächsten ein, zwei Tage, es geht hier wirklich um Wochenende und doppelter Boden auf Daily, auf Weekly-Sicht. Das kann natürlich auch länger anhalten. Das heißt nicht, dass wir innerhalb von ein paar Tagen hier die 1-Dollar-Marke sehen. Nein, das wäre eine große Lüge. Wir müssen gucken, dieses Chart-Pattern, beziehungsweise dieses Preisziel bleibt jetzt erstmal hier an der Seite. Es ist ein längerfristiges Ziel. Wichtig trotzdem, wir brauchen einen Daily-Close weiterhin über dieser Zone und natürlich auch einen Weekly-Close über dieser Zone. Rücksetzer sind nicht ausgeschlossen. Es kann auch gut sein, wenn wir die Woche Weekly Bullish über dieser Zone sehen, dass wir nächste Woche nochmal einen Abverkauf sehen. Dann nochmal hier runter und dann aber hier wieder die Weekly-Candle hier darüber schließen, wieder bestätigen und dann die Reise nach oben hin fortsetzen. Das würde auch dazu passen, wir ziehen mal ganz kurz das FIP-Level vom Beginn des Pumps bis hier hoch. Seht ihr auch, also es sind nochmal Abverkaufs-Level so bis ca. 0,44 drin für die nächste Woche. Also nicht jetzt schon über Hyped sein. Ich werde mal gucken, ob wir hier gegebenenfalls nochmal eine Long-Position aneröffnen. Hier in diesem 0,44, 0,45er Bereich gefällt mir momentan sehr, sehr gut. Und übergeordnet, wie gesagt, vor allem für auch Spot-Positionen wären dann hier oben die ersten Take-Profits. Ich habe ja dazu gesagt, wir haben alle ewig lang da unten in dieser Zone akkumuliert. Das heißt, der größte Teil müsste ein Entry zwischen 0,35 und 0,36 US-Dollar-Cent haben. Und deswegen nehme ich hier oben auch bei den 0,67 und 0,68 US-Dollar meinen Einsatz bei XRP raus, weil ich mir dann eben nochmal eine Korrektur vorstellen kann. Und dann werde ich gegebenenfalls bei einem Retest nochmal neu einsteigen. Aber mir geht es hier weiter. XRP ist ein Altcoin. Ich behandle XRP nicht wie irgendwas, was ich extrem liebe. Man sollte keine Gefühle zu irgendeinem Coin aufbauen. Das ist ganz, ganz wichtig, auch für alle XRP-Fans da draußen. Ganz, ganz wichtig, Emotionen, Trading oder im Endeffekt Handeln hat da nichts verloren. Also Emotionen immer rausnehmen. Deswegen behandle ich XRP genauso wie jeden anderen Altcoin, den wir gekauft haben in den letzten Monaten, Wochen. Ich werde meinen Einsatz rausziehen da oben und dann nochmal gegebenenfalls neu beurteilen, sollte hier, sage ich mal, eine Korrektur eintreffen. Das nur nochmal so zu meinem Spotstand. Es gibt natürlich auch noch News, die nicht zum Kurs passen. XRP oder Ripple. XRP-Todesstoß, Niederlage im SEC-Prozess scheint vorprogrammiert. Jeden Tag liest man irgendeinen anderen Mist. Also es ist wirklich so. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, ja, XRP, bullische News. Deswegen treibt es den Kurs so nach oben. Jetzt heißt es auch wieder weniger. Also ich weiß auch nicht, was ich davon halten soll. Freunde, schreibt es gerne in die Kommentare rein. Verliert XRP den Prozess? Hm, ist es bullisch oder bearish? Was denkt ihr? Sehen wir möglicherweise bald die 1-Dollar-Marke? Würde mich echt gerne mal interessieren. Oder wie geht ihr jetzt weiter vor? Habt ihr schon einen Teil verkauft? Habt ihr noch weiter eingekauft? Gerne unten in die Kommentare reinschreiben. Ich würde sagen, das war es wieder für dieses Update. Dieses Mal wirklich echt bullisch, muss man sagen. Aber Rücksetzer sind natürlich nicht ausgeschlossen. 44, 45 US-Dollar-Cent bitte im Auge behalten. Das war es von meiner Seite. Ich würde sagen, lasst dem Video gerne ein Like da. Abonniert den Kanal. Und ja, ich wünsche euch einen schönen Start ins Wochenende, meine XRP-Freunde. Bis dahin, ciao, ciao und wie immer, stay creative.